Hallo und seid herzlich willkommen zurück zu TechItSkyBlog und hier können wir jetzt zuschauen, wie sie drauf gehen. Aber die spinnen, ja. Gehen die vielleicht irgendwie drauf, wenn die anderen runterfliegen und ja. Egal, aber diese Folge... Es ist dunkel. Diese Folge wollten wir eigentlich, und wir haben sogar schon zwei Diamanten. Diese hier, die Energiechests machen. So, jetzt gehe ich schnell schlafen. Und dazu brauchen wir fünf Diamanten. Eins für die Alchemychests, die wir als erstes machen müssen. Hier diese. Die machen wir als erstes. Die drei Sachen haben wir ja schon. Und dann zwei Steine. Dann macht man hier einfach zwei Steine rein. Und... Alter, wie viel EMC das sind. Alter. Machen wir uns noch ein bisschen Eisen. Eine Truhe brauchen wir dann auch noch. Holz können wir auch noch nehmen. Neue Spitzhacke wäre auch gut. Und... Stein! So, jetzt haben wir drei Steine. Egal. Und jetzt brauchen wir Diamanten. Dazu hole ich mal einen ganzen Schwarzpulver raus hier und... Ach komm, da kommt eh so viel Zeug beisammen. Denn holen wir noch den kleinen Star, den haben wir dabei. Weil, jetzt können wir hier das da reinmachen. Und da seht ihr schon... 32.000 EMC. Wenn wir den da jetzt reinmachen... raus. Null. Aber, hier kriegen wir Dia-Sachen raus. Machen wir einfach ein Dia in die Mitte und... Zack! Vier Diamanten. So, und 200 sind jetzt drin. Warte mal, können wir den Rest auch noch reinmachen. Dass der Star hier immer voll ist. So. Das da brauchen wir auch nicht mehr. Können wir nicht reinmachen. Schade. Aber den ganzen Schüsselmittel können wir hier schon reinmachen. Pfeile brauchen wir auch nicht. Knochen. Alter, wie viel Zeug da... Das da können wir jetzt auch wieder reinmachen. Dann wissen wir nicht... Ja. Alles, was wir nicht brauchen, können wir dann einfach reinmachen. So. Den Star müssen wir natürlich mitnehmen. Der hat jetzt 23.000 drin. Und... Ja. Dann können wir also... Eigentlich denke ich schon... Ja, wir können sie grafen. Davon. Davon. Und davon. Und was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch zwei Steine. Habe ich. Diamant auch. Chest und Eisen. Wir können sie machen. So. Dann hier in der Mitte. Das da. Und hier. Zwei Steine. Ein Dia. Eine Küste. Und zwei Eisen. Zwei. 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 Wir brauchen wir. So. Und dann... Hier einfach die ganze Zeit so. Haben wir jetzt noch ein Dia? Ja. Weil wenn wir keinen hätten, dann wäre es richtig kacka. Aber jetzt können wir die Chests endlich bauen. Und wir haben sie. Badum-bum. So. Und jetzt können wir die Kiste hier abreißen. Weil die... Ist das Stein? Lol. Ok, die brauchen wir hier nicht. Weil dann können wir einfach... Hier die Chests dran machen. Und hier kommt es, denke ich, jetzt auch rein. Oder? Jawoll. Es kommt rein. Und da können wir jetzt einfach das ganze Zeug reinhauen. Schwarz-Wolver. Was noch? Sonst eigentlich nichts mehr. Und dann hole ich kurz ein Dia. Diamantos. So. Und den Diamant klatschen wir einfach da hin. Und dann wird hier alles zu Diamanten verarbeitet. Der Diamant ladet hier. Und ja, läuft. Und die Spinne regt mich auf. Kann ich da irgendwie... Hochkommen tue ich nicht. Jolo. Lassen wir sie halt da. Und dann werden sie schon weggehen. Und hier... Erstmal brauche ich... Sortieren. Aber jetzt will ich erstmal eine Farm bauen. Und die Farm baue ich hier so hin. Ja, die Farm baue ich einfach hier hin. Ich glaube, ganz gut. So. Die Farm bauen wir einfach da hin. Und... Das ist da gar nicht... Alter, was leckt das da gerade rum? Achso. Ja. Klar. Und... Erweitern wir das einfach mal. So. Ich glaube, unser Haus... Bauen... Wir bauen unser Haus... Auf... Wiese. Und... Ja. Und damit habe ich auch einen ganz coolen Trick. Weil hier... Den kann ich mir auch gleich bauen. Ist voll cool. Stone. Wo ist denn der? Verraschen. Wie viel Stone gibt's da? Aber den da hier meine ich. Da bauen wir... Ja, der geht... Der geht einfach... Einfach vier... Clawstone, vier Redstone und ein Deer. Vier... Clawstone... Clawstone, Clawstone... Wo haben wir Clawstone? Warte, das Ganze hier kann ich auch mal rausnehmen. Clawstone... Sag jetzt nicht, wir haben keinen Clawstone. Doch. Eins, zwei, drei, vier... Vier Clawstone... Redstone haben wir hier... Wo noch? Nirgends mehr. Unser Redstone ist alle. Loll. Ja, aber zuerst mal so hier wieder einen ganzen... Scheiße reinballern. Und ihr seht ja, wie das... Sofort weggehauen wird. Hier. Und hier nehmen wir natürlich auch ein Diamant grad wieder raus. Und... Ähm... Dann brauchen wir... Redstone... Ähm... Dazu nehme ich, glaube ich, ein... Unser Star ist... Ach, nein, da drauf. Da, unser Star... Und dann einfach... Redstone in die Mitte... Und... Ein Steak Redstone reicht, denke ich. Ich lasse immer den Star fallen, Rigg voll auf. Und dann habe ich hier vier Clawstone... Und vier Redstone... Und natürlich als Krönung der Diamant. Und jetzt... Kacka. Das da muss weg. Und jetzt... Wie laden wir den auf? Ah, mit V. Ja, mit V laden wir den auf. Und... Lol. So können wir eben alles ändern. Hier, so. Das finde ich recht cool. Und jetzt ist Gras. Nein! Alter! Scheiße! Nein! Alter, komm schon! Wo ist der Eimer schnell da? Alter, wie gefährlich ist das? Denk mal, wir hätten jetzt kein Jetpack gehabt. Wir hätten jetzt kein Jetpack. Wir wären weg. So, aber den Gehörn... Scheiße, hier kann ich erst mal ab... Bis auf das da. Wenn wir kein Jetpack hätten... Alter, wir wären weg. Und schauen wir bei neun Minuten. Der ist natürlich sehr gefährlich. Aber... Na gut. Er ist cool. Damit können wir auch Tiere verwandeln. Falls ein Huhn spawnt, können wir... Oder irgendein Tier... Können wir das einfach so verwandeln. Aber das packe ich jetzt hier erst mal rein. Und dann... Ja, komm, wir haben genug. Benutzen wir den Star. Machen wir einfach das in die Mitte und... Und ein bisschen... Ja, nur ein bisschen Gras. Aber mit Gras bauen, ich glaube, dann schon geschickter. Ähm, aber zuerst... Aber zuerst brauche ich Koppel... Denn... Hier bauen wir so einen Weg... Der ist, glaube... Ja, komm. Der ist einfach viermal... Also, Breite ist vier. Und nebendran mache ich ne Fläche mit Gras. Einfach ne richtig fette Fläche mit Gras. Und... Ja, das sollte, denke ich, recht cool werden. Einfach ne richtig fette Fläche. Ich glaube... Ja, das geht auch ganz schnell. So... Dann hätten wir hier das da. Den würde ich hier leider abbauen. Und jetzt wird er zu Dreck. Und da... Daraus... Mache ich, glaube, Kabel. Hier kommt ja eher so ne Wand hin. Hier, mache ich so ne Wand. Und hier führe ich dann einfach weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ich das machen soll. Ich mache es einfach mal ein bisschen... Groß. Unser Haus soll ja nicht grad klein werden. Wir bauen doch grad ne fette Villa. Weil wenn wir was bauen, dann schon was richtiges. Ja. Und für die... Für den Energiekonverter-Teil da... Gibt's auch was, damit wir keine Mobfalle brauchen. Das sich einfach von alleine auflässt. Und das ist... Ja, das ist auch sehr praktisch. Aber wir gehen jetzt erstmal nochmal schlafen. Unsere Insel ist schon klein und gemütlich. So wie es sein sollte. Und wir haben den Star liegen gelassen. Das darf uns nicht passieren. Weil sonst ist er weg. Ach komm. Ich will... Eine Schaufel können wir uns nachher auch direkt machen. Weil die brauchen wir auch. Und jetzt, was das Thema nochmal Livestream angeht. Ja. Wahrscheinlich werde ich es doch noch schaffen. Denn... Ich weiß nicht. Unser Internet... Wir wechseln ja jetzt den Anbieter. Vielleicht. Ja, vielleicht. Und wenn wir dann gutes Internet haben, dann... Machen wir Livestream. Und im Livestream können wir da... Zwei Stunden Tech-It-Spiel spielen, ja. Minecraft-Hexit können wir dann auch noch spielen. Und... Ja, noch weitere Sachen. So wie Formel 1. Landwirtschaftssimulator 2013 hätte ich auch noch. Aber das... Spiel ich dann im Multiplayer mit... Ja. Spiel ich dann im Multiplayer. Und... Ja, ich glaube, das wird dann recht Spaß machen. Und ja, zum Beispiel so eine richtige... Erweiterung von der Mob-Falle. Das kann man dann klicken... Ja, das kann man dann den Krim-Stream machen, weil... Ja, in der normalen Folge... Das... Da sitzt man dann schon ewig dran. Ein paar Folgen sitzt man da dran. Und dann... Ja, dann... Ist halt auch ein bisschen langweilig. Darum ist ein Stream dafür geeignet. Ja. Und der Stream wird ja dann eh abgespeichert. Hier. So, was geht da schief? Haben wir jetzt erstmal eine fette Fläche... Und wir haben keinen Korbel. Alter. Das geht schon so weit, dass wir keinen Korbel haben. So, aber wie breit habe ich das jetzt da gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow. Zehn breit. Machst du da auch zehn breit? Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh, scheiße. Das da kommt weg. Und natürlich noch das da. Und dann einfach in die Breite. Die Folge hier mache ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Das ist 15 Minuten, weil wir hier gerade eh nur rumbauen. Auf jeden Fall, die Fläche hier will ich noch zu Ende kriegen. Ja. Und auf der Minimap sieht es auch schon recht cool aus. Diese Grasfläche. Ja. Das wird denk... Ja, komm. Das wird ganz chillig hier. So. Die Folge kommt hier jetzt leider ein bisschen verspätet. Weil, ja, das ist, ja... Weil ich sie einfach länger machen werde. Also kommt sie auch ein bisschen verspätet, weil... Ja, ja. Umso länger man sie folgen macht, umso länger dauern sie halt zum Hochladen. Und jetzt hier noch schnell. So. Ach, komm. Schneller. Eine Schaufel wollte ich mir noch machen. Stimmt. Aber auch wieder vergessen. So. Gleich haben wir die Fläche fertig. Und... Ja. Ach, komm. So. Jetzt sind wir an der Seite. Ein bisschen... Was? Machen wir den Rest mit Dreck. Das wächst ja eh mit Gras zu. Ich meine, das Ganze hier haben wir eh abgebaut. Guck da. Da wächst ja schon das Gras. Also ist kein Problem. Und dann werde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Tech-It-Sky-Blog. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und... Ach, Diamanten. Ja, also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Tech-It-Sky-Blog. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.